hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von ls 22 noch frisch marschburg wunderschönen mittag wünsche ich euch in der letzten folge haben wir hier ein bisschen umgeschlechtet jetzt habe ich vorgespult so wie das ausschaut so was ist jetzt so schauen wir mal hier holen wir uns den herrn kollegen so dann schauen wir noch schneitwerk um rein so schnittwerk, schnittwerk, ähm, du, schnittwerk, so mhm schon geil ja, Gerät schnittwerk, so schnittwerk, okay schnittwerk, so genau So, schau. Ach, doch an mir. Das schnellste ist ja nicht, aber besser wie ich auch kann. Mal schauen, ob man Platz da hat. Das ist ja nicht, aber besser wie ich auch kann. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Hm. Wir lassen den Apos so durchstehen, passt schon. So, jetzt das Ding da im Parksturm, jetzt mach das, das große, der komische, na, das war jetzt nicht, äh, wir wissen das, wo ist das jetzt, der kurze Fix, Fix draus mit deiner Gummeln, aah, da ist es, das ist geil, so, das sind die Gelben, so, 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 jetzt stecken wir, dass diese H�� sind, so, 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 sie sind ja, das ist dort ich euch so rausgeious auseinanderlaufen als Fanmade, ich glaube mit dem Namen like, ich glaube nicht so schlimm, ist mutter klar zum download ich gerne eine bocke Ich weiß nicht, dass ich das mache. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, see why it's socially. Hmm, see why it's socially. So far more than that. Hmm, see why it's socially. Hmm, see why it's socially. Hmm, see why it's socially. So, meine lieben Freunde, wenn ihr es euch gefallen hat, dann losst du gerne Bewertungen durch. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, what's good. Ciao, ciao.